Also ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt klappt, ne? Ich spare mir jetzt Dings auf hier. Die Inka delay ich ein bisschen, tatsächlich. Und... Dann mal gucken. Ja, ich muss jetzt Inka ziehen. Aber ich kann dann nachher Shadow melden. Eventuell krieg ich dann ein paar Stacks los. Mal gucken. Die muss da raus, der Boss. Oh boy, den können wir nicht kicken, ne? Ne, der kommt da nicht raus, der Boss. Ich muss jetzt fix Shadow melden und taunte den. Dann nehme ich meine Stacks, äh... Okay, es hat halt einfach mal gar nicht geklappt. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen wegzulaufen von dem Mili-Mob. Okay, jetzt hat's funktioniert. Ach, der hat den Mili-Mob gespottet. Okay, perfekt. Aber der eine war jetzt halt in der Pfütze drin, aber den hast du leider nicht rausgekriegt, ne? Alles probiert. Das ist halt jetzt saublöd gelaufen, dass der in der Pfütze drinsteht. Also, ich glaub, das war jetzt echt null Gain, dass wir den einen Typen reingezogen haben, der die Pfütze gelegt hat, weil hier hast du diese Caster-Typen, ne? Also, der war ja kick-immun. Und, ähm... Tja, dann steht er da. Ich bin auf die andere Seite gelaufen, das hat den nicht interessiert. Also, das war jetzt wirklich gar kein Gain. Das hat jetzt uns wahrscheinlich eher mehr Zeit gekostet. Aber naja. Jetzt schauen wir mal. Ich find, die Instanz, die geht eigentlich so vom Schwierigkeitsgrad her. Ich muss bloß ein bisschen gucken, wie es bei den Packs ist. Ich darf da nicht zu viele pullen. Was hab ich denn eigentlich? Und weg. Bleibt wachsam. Ihr nähert euch einem mächtigen Diener des Kerkermeisters. Äh, jetzt bin ich mir überlegen, ob wir gleich das ätzendste Viertel machen. Eigentlich ist vollkommen egal, ne? Ich glaube, ich geh gleich da rein. Also, das ist eigentlich das ätzendste Viertel, aber jetzt machen wir erstmal das hier und dann schauen wir mal, wie die Gruppe so, so druff ist. Ich muss immer, ich kann eigentlich immer länger dranbleiben, ne? Ich mach's, ich mach's zu, zu safe eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Bei dem könnte ich eigentlich bis 90% Carspiken dranbleiben und dann, ähm, abhauen. Also, ich hab jetzt Inker, deswegen hab ich jetzt hier ein bisschen mehr genommen. Für Necrotic ist das natürlich nicht gut. Für die Flächen ist es auch nicht gut, aber die ganzen kleinen dürften eigentlich nicht. Okay, jetzt hab ich halt scheiße viele Stacks. Geh ich mal kurz, äh, die Stacks, ähm, kiten. Ja, jetzt können wir eigentlich schon die Nächsten wieder pullen. Ich will die einen jetzt hier nicht dazu adden. Ähm, Lichtweg. Weil die mich halt hochstacken wie, wie blöd, ne? Die Viecher. Also da muss ich's am besten einmal auslaufen lassen. Und Vogue nutzt sich gleich für die Nächsten. Jetzt 42 Stacks, aber das passt. Wenn der tot ist, dann... Gut. Keine Karte... Oh, das blendende Licht, das war aber jetzt noch just in time, hä? Geht denn jetzt irgendwie gar nix mehr runter? Haben wir beide gekickt? Oh, oh, dafür haben wir jetzt nix mehr, oder? Uh, doch, der eine hatte noch was. Ist noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Hier ist ein Ticken mehr Platz in dem... Ja, ist jetzt blöd. Jetzt muss ich ihn reinziehen. Hilft leider alles nix. Ein großes Übel weilt in der Nähe. Vertreibt es schnell. Hütet euch. Ich würde einen ein bisschen breathen lassen, kann das sein? Fuck it. Hütet euch. Ripp halt einfach runter. Der Heiler heilt mich irgendwie gar nicht mehr. Wir haben jetzt mal selber hochgeheilt. I don't know, was der Heiler da veranstaltet, aber... Ich bin rein convoked, haben wir noch. Wird's unten dann gleich wieder ein bisschen ätzender. Gut gekämpft. Nehmt nun seine Macht an euch. Der Heiler ist am Recken. Ich habe eh Income laufen, damit ich safe. Bloß hier muss ich wahrscheinlich resetten. Sobald Inka ausläuft, muss ich, glaube ich, ein bisschen flitzen. Bei 32. Ich glaube, ich kann stehen bleiben. Müsste gehen. Ja, easy. Also hier willst du auf keinen Fall die Kleinen mit dabei haben, weil die stacken mich hoch und dann rippe ich auf jeden Fall. Die musst du einzeln spielen, tatsächlich. Zugeschütte. Ja, der Heiler ist voll am rein-DPSen, deswegen heilt er mich so wenig. Deswegen, das macht alles Sinn. Ich brauche ein Ziel. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Normalerweise pulle ich die mit rein, ne? Also, ähm, in die anderen Gruppen, aber habt ihr gesehen, 37-Stacks, diese ganzen kleinen Viecher, die tun mich so schnell hoch-stacken, dass ich das nicht machen kann. Das ist halt das Problem an Necrotic, das slowt dich übelst runter, einfach vom Dungeon-Pace, weil du, wenn du viele kleine Viecher hast, die kannst du nicht zusammen pullen, weil dann wirst du so schnell hoch-gestackt, dass es einfach vorbei ist, ne? Anscheinend kann ich mit Shadowmelt auch Necrotic nicht mehr wegnehmen, so wie das scheint. Wie komisch ist. Okay, sitzt der Heiler? Der Heiler sitzt. Ach, warum zieht ich denn jetzt am Anfang irgendwie? Das war schon wieder dumm. Das war dumm, tatsächlich. Naja, gut. Ich fang was Gutes. Kein Entkommen! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Schneide euch auf! Nein, mich hat's erwischt! Fuck it! Ich dachte, ich bin draußen, ne? Ach, come on! Ich hätte die Grütze nicht in die Mitte legen sollen, ich wollte nicht in die Grütze reinkommen und bin dann da außenrum gedingst. Okay, da müssen wir jetzt definitiv raus. Fuck, da komm ich nicht mehr weg. Die Grütze? Okay. Holy moly. Ich sollte die Grütze eigentlich immer am Rand ablegen. Ja, da war was. Das in der Mitte ist, ist übelst der Rotz. Also da hab ich mir selber den Weg verbaut. Tatsächlich. Kein Entkommen! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Schneide euch auf! Uh, da haben wir noch ein bisschen Risky reinkonvokedet, dass ich ein bisschen Boss-Damage und die Ads zusammenkriege. Isla hat lieber mal gebubbelt, hat nicht belieft. Kein Anlauf, kleines Mädchen! Ja, das war jetzt nicht gut gespielt, sag ich ganz ehrlich. Ja gut, ne? Das war tatsächlich nicht gut gespielt. Das hab ich natürlich hier für nichts ready. Okay, ich kick's jetzt einfach weg und flitze ein bisschen. Nein, sie haben mich nochmal, sie haben mich bekommen. Scheiße. What the fuck? Die haben mich so runtergeslowed? Das ist jetzt maximal behindert. Die waren halt eigentlich schon... Ach. Das war halt eine Sekunde drüber, ne? Fuck, jetzt ist der da nochmal drin. Ich dachte, der stirbt, ne? Ah, das war jetzt nicht gut. Hat mich bei eins nochmal gehittet, ne? Ich hatte da halt blöderweise keine Inka ready. Also jetzt kann ich nur stehenbleiben, bis Inka ausläuft. Versuchen wir es mal so ein bisschen... Ich bin mir halt nicht sicher, ob wir die zusammen machen können. Aber ich glaub, die machen zu viel Schaden. Hier muss ich, glaub ich, mit decursen. Mal schauen. Wenn da decurses drauf sind, dann soll ich die eigentlich mitmachen, am besten. Hier verdichtet sich die dunkle Magie des Schlunds. Lasst ihre Quelle versiegen. Ein bisschen drauf konvoked, für ein bisschen extra Schaden. Ich glaub, wir müssen links rum, dass es aufgeht. Die Kreatur ist tot. Nehmt nun ihre Macht an euch. Oh boy, die sind halt vor mir jetzt dran und ich bin der Katzengestalt. Ich hasse das. Es stehen alle in diesem Kack-Ding drin. Ein Hunter hat es jetzt halt da erwischt, ne? Weil der war als erstes dran. Diesmal hab ich präventiv. Habt ihr gesehen? Das war jetzt gut gekickt von mir. Kann man... Kann man mal sagen hier. Das wird jetzt ein bisschen tougher. Jetzt gibt er mir eine Irreführung. Uh, boy. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich muss der Heiler das halt nochmal heilen, ne? Haben wir die Kugel? Ich hab... Na, fuck it. Manchmal spackt das halt. Geht doch nicht... Aber gut, das ist so eine Plattform. Das ist kein Problem. Hütet euch. Muss immer schön rein dispeln. Der wurde das letzte Mal gemotzt, weil ich das nicht gemacht hab. Hütet euch. Klar, ich kann decursen, ne? Als Drill Tank auch. Das ist alles kein Stress. Aber ich wusste nicht, dass das so... Also, dass das so wichtig ist. Fuck, der kommt da nicht raus. Komm raus da. Ui. Hütet euch. Jetzt hätte ich es ja am Anfang doch nicht instant interrupten sollen, dass sie zusammenstehen. Hütet euch. Bin's denn da... Ah, fuck, jetzt soll ich den... Aber die Eule kann ja auch, ne? Die kann es auch runternehmen. Bin ich ja eigentlich gar nicht einzig. Das ist jetzt die ätzendste Gruppe... Oder eine... Naja, nicht die ätzendste, aber es ist eine der ätzendsten Gruppen. Definitiv hier. Hütet euch. Hier, da hinten geht's runter. Müssen wir wieder gucken, dass wir sehr gut auseinanderkicken. Hütet euch. Inzwischen tun immer mal wieder so ein bisschen... Hier ist es halt optimal, wenn du um den Mob rumstehst, ne? Dann muss immer nur einer moven. Und es passiert nicht so leicht, dass da alle möglichen Leute runtergekickt werden. Hast du es doch in Stücken einfacher, wie ich finde. Ah, jetzt haben wir beide gerawrt. Unnötig. Unnötig. Zieh am Anfang jetzt hier extra Inka, dann kann der Pala auch ein bisschen durchbürsten. Weit, wir hätten hier eigentlich Hero ziehen können. Ich reiße euch die Seele aus dem Leib. Wir können doch beim letzten dann auch nochmal... Wir ziehen halt keinen Hero. Ja, der Hunter. Wollte grad sagen. Also kannst du eh nur noch einmal ziehen. Du musst ja eigentlich bei dem Boss. Äh. Ein Ticken wasted war das, würde ich jetzt mal behaupten. Aber okay. Soll ich Risky spielen? Gut, das geht. Das geht in meinem Griff. Komm. Das geht. Easy. Invoke jetzt hier einmal. Was? Ich mach grad mehr Single-Target-Damage als der Hunter? Was macht der denn? Und ich spiel ja nicht mehr Single-Target-Skillung oder irgendwie sowas. Und ich spiel hier, äh, also semi-defensiv, äh, Multi-Target, ne? Okay. Also, das geht halt eigentlich nicht, dass der Hunter so wenig macht. Aber ich glaub, der wird hier durchgeboostet. Ich weiß, dass du hier springen kannst. Und dass es schneller ist. Aber... Na. Ich bin mir da immer unsicher, sag ich euch ganz ehrlich. Nicht, dass ich da rip. Okay, also die muss ich dann... Ich bin mir da überlegen, wie ich's mit Inka mach. Wird mir das wieder ready? Drei große, ne? 30... Wirbelte er jetzt durch. Soll ich ziehen oder soll ich es nicht ziehen? Ich hab jetzt dann drei große Mobs. Nein, die haben beide? Okay. Aber die haben das absichtlich... ...dazu geedit, glaub ich. Ich den runternehmen. Jetzt muss ich ihn auf jeden Fall hier reinziehen. Wenn der uns ranzieht, dann... Na gut, der Hunter hat's auch gekickt. Muss ich mal defensiv meine Convoke ziehen. Glaub ich bei der ätzenden Gruppe dann gar nichts mehr, ne? Aber ich musste jetzt hier alles ziehen. Wär ich gerippt. Dem Sieger, die Anima. Nehmt eure Macht an euch, Schlundgänger. Ich muss mehr ran. Mir geht's jetzt dann bei dem ätzenden Pack so aus, dass ich gar nix ready hab. Ja, gut. Aber ich glaub, ohne Inka wär ich gegen die zwei großen... ...wär ich, glaub ich, gerippt. ...meine ich... ...meine ich... ...holy... ...sitzt halt die Frage, gut. Ich hab in... ...45... ...habe ich Inka wieder... ...könnt halt mit Convoke da rein starten. Wir brauchen jetzt hier grad eh ewig. Geht denn der einfach nicht down? ... 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 Okay, der Heiler schreit nach Mana Klammer den 18 Stacks Fuck Ich dachte, ich überlebe das noch, ne? Soll ich laufen? Jetzt haben sie die da drin geroutet Darüber müssen wir Ich dachte, die sind fast tot, dass das noch klappt Aber das war jetzt dumm von mir Ich habe mich zu sehr darauf konzentriert Wie ich es nocke Aber ich hatte zu viele Stacks Und der Heiler hat keinen Mana mehr gehabt Ich weiß nicht, ob das nur geht Wir haben nur 6 Minuten Wir haben noch den Mob Und dann sind es halt 2 Bosse, ne? I don't know Wir haben halt leider nicht so Ulti-Damage Und wo geht's hier nochmal? Dann kann ich Kann ich noch 2 Mal Also 3 Minuten Für einen Boss Wären wir wahrscheinlich Ne? Wir haben jetzt halt 2,5 Minuten Pro Boss Wahrscheinlich eher 2 Weil du hast ja noch die Dingsphase da Die komische Ich glaube, der Hunter wird da durchgecarried Das ist wahrscheinlich der Twink von dem einen Der hat irgendwie Tausender-Score, ne? Und hat aber irgendwie einen Main mit 2,7 Also ich glaube, dass das so ein Oh boy, wir haben halt zu wenig Damage, um die Flagge tot zu kriegen Holy Moin Ja, wir haben halt scheiß wenig Schaden Mann, ich bin einfach Nicht mal konvokte mit 2. Damage Ja, ne, das wird nix mehr Da haben wir schlichtweg zu wenig Damage Jetzt kann ich nicht mehr Dings und da komme ich nicht raus Ich bin außer Reichweiten Das ist zu weit undocmal Ich bin außer Reichweiten Ich bin außer Reichweiten Ich HD denn? Ich kann diesen Gegenstocken nicht mehr zur Die waren aber auch ewig da unten Ach, das sperrt Natur. Okay. Das wusste ich nicht. Das hat meine Convogue unterbrochen. Jetzt können wir auch den Boss durchziehen. Drei Minuten haben wir jetzt noch. Was da macht Oma mehr Damage? Keine Ahnung. Ach, die haben hier HT gezogen. Ach nein, wer zieht denn bei dem HT? Das habe ich nicht gesehen gehabt, dass... Naja, gut, nee, das schaffen wir nicht mehr. Wir haben jetzt keine HT mehr. Vielleicht noch zwei Minuten für den Boss. Ich kann später dann nochmal eine große Convogue draufhauen. Endlich ein würdiger Wettkämpfer. Potten wir. Naja, zwei Minuten Bosskampf. I don't know, ob das was wird. Mit dem Krücken-Damage, den wir haben, wird das wahrscheinlich nix. Müsst ihr ja fast Catweave-Gedöns auspacken. Ihr werdet in die Vergessenheit geschleudert. Ich bin halt über dem Druid, ne? Ich muss jetzt halt leider risikomäßig spielen. Wettet in die Vergessenheit geschleudert. Fuck, der springt hinten rein. Ich muss jetzt voll Risiko gehen, das hilft leider nix. Meine Magie übersteigt euren sterblichen Horizont. Darf halt keiner sterben. Wieviel haben wir noch? Zwei? Können wir noch schaffen, oder? Alter, wir haben das halt echt in-time geschafft, ne? Mit dem Damage, ich sag's euch. Plus sieben hat mir das gebracht. Na, hat sich schon gelohnt. Jetzt haben wir wieder einen 20er-Dungeon. Alter Schalter. Kann ich ja keinem erzählen. Kann ich ja keinem erzählen. Danke euch. Schreibt er lächerlich. Hat abgereicht, ne? Heiler hat halt ordentlich gepumpt, ne? Hat er auf 4k DPS gefahren. Nice. Also den 21er, den hätten wir nicht in-time gemacht. Aber den haben wir zum Glück. So. Jetzt, ähm, fehlen nur noch drei Dungeons. Die ich quasi, ähm, auf Dingsbrauch 20 für meine Achievement. So. Für die Aufnahme soll's das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr bei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.